Hallöchen, wir spielen mal wieder eine Runde. Jetzt wollte ich schon sagen, StarCraft 9, wir spielen die Finals. Ich bin ja in gelb unterwegs heute. Ich müsste eigentlich auch noch das Ding hier gelb machen. Ich habe den Skin für die Waffe. Aber irgendwie alles gelb ist dann glaube ich auch too much. Ui, Elvis spielt mit. Na dann, auf auf. Weibliche Unterstützung haben wir auch im Team. Das kann ja nur funktionieren. Bin gespannt. Das klingt gut, wenn hier jemand auch Kommentare mit abgibt. Nachdem ich das jetzt ewig nicht benutzt habe, habe ich mir das endlich mal eingerichtet. Ich habe bis da... Och nein. Egal. Habt ihr nicht gesehen? Bei Warzone habe ich das früher echt viel benutzt. Ich habe es nicht gesehen, weil wir haben eine sehr erste Elimination des Matches. Ähm. Oh boy, oh boy, sind wir in für ein paar Tage? Ich bin zu breit von der Tür oder was? Ich bin zu breit von der Tür oder was? Huch. Dann erstmal kurz zurückziehen. Und wenn wir einmal hier sind... Es schicht doch nichts dagegen, sich das einfach zu sichern. Scheiße, was wir haben, haben wir. Gerade am Anfang. Das ist nämlich am Anfang, wenn es noch nicht so wild ist, kann dann das genau die Kohle sein, die dann entscheidend ist. Dass es funktioniert. Ich weiß nicht, wovon da das kam, aber... Ja. Auf geht's, weiter geht's. Oh. War immer noch schön getroffen und angehittet. Die Gucci-Gang. Hehe. Die Fundo-Gucci-Gang, ja. Scheiße. Ah ja, da hat einer auch so einen Granaten-Gang mit. Hat die da belebt? Ja, hat er sogar wieder belebt. So. Ähm. Hier lang? Ah, hier geht's hoch. Ich muss aber ein bisschen aufpassen mit auf dem Bekopf stellen. Ich muss da reinlaufen. Da ist mir so schön geholfen. Oh. Von allen Seiten. Na, nicht an der Ecke hängen. Bleiben. Ah. Das war nicht gut. Oh. Ja, da wurde ich direkt vom Gegner wieder belebt. Passiert. Team Wipeout. Aber egal. Alles noch offen. Noch keiner hat hier irgendwie 30.000 oder was auch immer. Wir haben noch genug Chancen. Ich mag die Karte. Die ist richtig schön. Auf zur Wald. Hui. Hier in die Ecke gucken, ob hier jemand ist. Nee. Aber hier kommen sicherlich gleich Leute. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier lange. Lange ungenutzt bleibt. Die bewachen. Na, das war offen. Nein da. So. Hui. Ah. Da kam man daher. Aber meine Teamkollegen machen gute Kills. Ich kann schön Schaden machen. Passt. Die sind echt gut, meine Kollegen. Das war jetzt das ganze Team wieder im Hyped Out. Aber so. Ich hab das Gefühl mit denen. Das geht schon voll klar. Ach, wir haben wieder die Toten nach dem Boden. Der knallt es wieder besonders schön. Auf geht's. So, wir könnten den Robert zu der Wald. Das macht glaube ich auch durchaus Sinn. Nach, nach. Okay. Und dann da hoch. Das wird dann rückwärts. Oh, da ist noch einer. Da war einer. Gott, 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 Gott. Geht das jetzt hier gerade durcheinander. So. Genau. Nein. Da wollen wir noch immer wieder. Ich will gerade die Brandkanade da reinwerfen. So. Alle auf einen Haufen gerade. Ei, 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 ei. Komm, genau. Zahlt das. Oh, schön. Neun tausend. Schön. Also nicht schlecht mit dem Team. Das macht gerade richtig Spaß. So, wo sind wir denn hier? Gut, gibt's ja eigentlich nur das und noch nicht. Gut, wollte ich gerade sagen. Ja, ganz bestimmt nicht da rein. Oh, Granaten rein. Okay, so. So, rüber. Das ist die Deckung geben. Mein Kollege, der rennt doch doch schon wieder mit Geld rum. Ja. Das ist halt cool hier. Wenn du mit mehreren Leuten spielst, dann kannst du dich auch mal opfern. Um zum Beispiel Zeit für deinen Kollegen rauszuschlagen. Okay, den Move habe ich gerade nicht so verstanden, aber ich, äh, ja, verstehe nach meinen paar Partien dieses Spiel auch noch nicht so richtig. War doch gerade noch einer dran. Na. Ja. Ich glaube auch schon mal besser mit Zielen. Okay, das hätte ich, glaube ich, äh, mir sparen können. Guten Tag. Ich weiß nicht, wie das war. Ich weiß nicht, wie das war. Was ist denn, ey? Irgendwie mit einem halben Punkt überlebt. Ich sehe, das ist so zuusholen. Ich gehe auf meine Kanada. Ja, sie hat noch erwischt. Immerhin. Ich habe nämlich gerade so geguckt. So, warte mal, habe ich die jetzt gerade nicht gern? Sehr schön. Ja, diese Klasse mit der AK, das muss ich auch irgendwann mal probieren. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Spiel extrem viele AK-Nahkampf und halt hier Kollege schwer bewaffnet. Gut, der kommt da jetzt erstmal eh nicht raus. So, da oben hast du mal ein schönes Granätchen reingesetzt. Ja, ein bisschen Panisch spiele ich diese Runde irgendwie schon. Aber nicht so schlimm. Ja, genau. Gebt den mal wieder. Sehr schön. Sehr schön. Die Aktion, wenn ich den drauf schießen kann, habe ich auch nicht verstanden. Es gibt so vieles, was ich hier noch nicht verstehe. Hui, und hoch da. Ich glaube, ich mache das dann doch gelb. Lass uns mal, ob ich den gelb mache. Das sieht in gelb gar nicht mal so hässlich aus. Dann müssen wir halt probieren. Oh, ja, orange ist, äh, glaube ich gleich am Ziel. Oder auch nicht. Und wenn die alle da sind. Oh, orange ist hier drüben wieder. Nein, ich dachte. Kann ich noch schießen? Oh, schade. Schade, schade. Oh, war das ein Damenteam? Verrückt. Lustige Runde auf jeden Fall gewesen. Gut, da würde ich sagen, das war's für die Runde. Wir sehen uns bei der nächsten Runde. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns bei den Runde.